So, jetzt müssen wir für die Bienen drei Blumen finden. Hallo? Bienenschwarm? Ja, wollte ich doch gerade. Hier, hier ist eine Blume. So, weiter geht's. Hallo? Muss ich jetzt immer wieder hin um den... Ja. Hier sind Blumen. Blumen. Ja, Blumen. Oh. Können wir die nochmal nehmen? Nein. Natürlich nicht. So, da rüber. Oh, ein Tiki. Na toll, wenn wir nicht sofort eine Blume finden, werden wir gestochen. Oh, na toll. Jetzt sind die wieder weg. Jetzt können wir nochmal hoch. Aber schöne Aussicht, oder? Ach, ja. Naja, okay. Weiter. Ja, wir bringen euch ja zu den Blumen. Können wir jetzt einfach da runterspringen, dann sind wir gleich bei den Blumen. Hier. So, geht doch. So, kehre zu Bienenkönigin zurück. Machen wir doch. Hoch. Ach, vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Eine meiner Drohnen sagte, dass sie gesehen hat, wie deine Freunde den Pfad da drüben entlang sind. Okay, danke. Nimm uns zu den Blumen. Äh, nein. Du sollst uns nicht zu den Blumen bringen. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Katzen sollten flink sein, wenn sie überleben wollen. Äh, merkwürdige Blumen hier. Äh, ich wollte... Ah, ich wollte ja noch. Nein, ich bin tot. Ich wollte doch nur die Mütze haben. Absteigender Pfad, ja. Dadurch, weiter, 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 weiter. Ah, springen, springen, springen. Äh, ja, Blumen mit Heuschnupfen, so wie ich das sehe. Nein, ich spring immer wieder drüber. Ich will... Ich will auch hier den Reif haben. So. Ah, schnell, 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 schnell. Oh, okay. Runter. Wenn ich diese Pflanze fresse, kann ich bestimmt ganz laut brüllen. Bestimmt. Oh. Ih, spinn, ich hasse spinn. Wow. Äh, wenn ich die seltsamen Pflanzen esse, bekomme ich ein super Gebrüll. Das hält jedoch nicht lange an. Daher verschwendet... Da ist die Maus im Weg. Verschwende ich es besser nicht. Okay. Tiki. Äh, ja. Okay. Gut. Ja, gut. Dann... Können wir ja dann wieder gehen, ne? Komme ich hier nicht hoch? Äh. Jetzt bin ich hier gefangen. Hallo? Ich möchte gern da hoch. Ja, hoch. Hochgehen. Los. So. Pilzgarten. Nein, jetzt wird nicht wieder dschungliert, Alex. Nahein. Dann springen wir doch mal da runter. Entschuldigung, hast du gerade ein Zebra hier vorbeilaufen sehen? Ah ja, der Typ mit dem Streifen? Ja, genau der. Weißt du, wo er hin ist? Er hat nachher etwas gesucht, was er Empfangsbüro nannte. Dann ist er in den Dschungel gerannt. Hatte es wohl echt eilig. Bei diesem Tempo hole ich ihn nie ein. Wenn du kleiner wärst, würde ich dich selbst hinfliegen. Aber ich brauche ein wenig Hilfe. Bleib du hier und bewachst meine Pilze, während ich ein paar Freunde hole. Sicher. Weil, äh, siehst du diese Kakerlaken dort drüben? Sobald ich fort bin, werden diese Dinge versuchen, mir jeden einzelnen Pilz zu stellen. Wenn du genug Pilze für mich rettest, hilfe ich dir. Ja, rette vier Pilze. Äh, okay. Wo können wir nochmal... Ah. Okay, wir müssen immer wieder diese Pflanzen... Nein! Ah, nein, jetzt hat er den Pilz. Los, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Nein, nein, nehmt nicht die Pilze, nehmt nicht die Pilze. Weg, 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 weg. Nein, du nimmst auch nicht den Pilz. Nein, du auch nicht. Nein, du auch nicht. Wo sind denn da die Pflanzen? Oh, nein. Oh, Gott. Danke, lieber Fledermausherr. Oh, wieder eine Spinne an unserem Rücken, die ganz schön groß ist. Okay. Sumpfrezeption. Ih, Spinnen. Ähm. Nein. Ah. Ah. Da oben, da oben, da oben, war doch eben Mermen. Da. Schnell hinterher. Und da ist auch... Da sind auch Münzen. So, wieder rüber. So. Haut ab, ihr blöden Fiescher. So. Jo, da kriegt man ja ganz schön einen Drehwurm. Waaah. Eine fette Spinne. Okay, weiter. Ich habe versucht, keine Vorurteile gegen diesen Zoo zu haben, aber das reicht. Hier ist es übel. So, da rüber. Ich muss mich echt konzentrieren, dass ich hier nicht runterfall. Weil ich möchte nicht jedes Mal wieder nochmal von vorne anfangen. Äh, Kamera. Du nervst. So, ich möchte da rüber. Ja. Mann, wo bin ich hier nur gelandet? Das frage ich mich auch. Waaah. Boah. Da wollte mich die kleine Spinne doch glatt angreifen. Naja, klein ist übertrieben. Oder untertrieben. So. Ah. Ich. Glaub's. Nicht. Ähm. Ich glaube mal, ich mache hier kurz mal einen Cut. Und wenn ich auf der anderen Seite bin, dann nehme ich wieder auf. Okay. Bis gleich. Ja, ich habe es hier endlich rüber geschafft. Und. Ja. Und Alex jongliert wieder. Das ist mal wieder sehr toll. Und wir machen weiter. Und wieder super üble Spinnen. So. Ich möchte gerne über eine Reif. So. Ah. Äh. Ich hätte wohl die Pflanze wohl besser eher für das Brüllen verwendet. Ah. Oh nein. Sieht aus, als hätte ich es jetzt mit Spinnen zu tun. Märmen. Wart mal. Hier kann ich nochmal brüllen. Okay. Ich verwechsel immer die Tasten. So. Okay. Hier ist wieder eine Pflanze. Ich glaube, ich gehe mal da rüber. Reif. Komm. Wow. Dieser Pfad ist ganz schön schmal. Ich bin lieber vorsichtig. Alex, du sollst nicht jonglieren. Oh, oh. Die kann ich mit den Mangos erledigen. Los. Ich habe versucht, keine Vorurteile gegen die Zoo zu haben, aber das reicht. Hier ist es übel. Oh Mann, Spinne. Wo sind hin? Oh, sie ist wohl runtergefallen. Ah. 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 Da rüber. Mann. Wo bin ich hier nur gelandet? Warum rennt ihr denn weg, ihr süßen kleinen Spinnchen? Ich tue euch doch nichts. Ich möchte euch doch nur mit einer Mango erschlagen. Märmön. 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 Wo willst du hin? Darüber. Oh, das war mal wieder ganz knapp. Was für ein Zoo hat so ein Gelände? Ein übler Zoo, das ist ja an Bord. Ah, okay. Das sind wieder die Bienen. Die können wir wieder zu einer Blume führen. Da kriegen wir auch wieder ein paar Goldmünzen. Ja, okay. Da sind doch ein paar Blumeien. Okay, ich mache hier jetzt gerade mal eine Aufnahmepause. Es geht dann in der nächsten Folge weiter. Tschüss. 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 Vielen Dank.